Damen und Herren, gleich an die Adresse meines Vorredners Lobatka gerichtet, der hier vermeint hat, dass die österreichischen Grenzen zu schützen sind, für den Fall, dass die Außengrenzen der Europäischen Union nicht zu sichern sind. Ich höre das von Ihren Seiten immer wieder, nur in der Sache selbst tut sich nichts. Und das war ja gerade der Außenminister Kurz, der auch in Richtung Kronenzeitung gesagt hat, wir schützen die rot-weiß-roten Grenzen. Ja, mitnichten wenige Tage später in Brüssel hat er dann gesagt, natürlich muss der Brenner offen bleiben. Und wir alle wissen, dass ein Hauptstrom, ein Hauptstrom hier von Migranten aus Arabien, aus Afrika über Italien auch in Richtung Österreich geht. Und heute haben wir die Phänomene von Kriminalität, von Illegalität und vor allem auch von Terrorismus. Nicht zuletzt, dass Österreich mittlerweile eine Hochburg des Dschihadismus geworden ist. Sie von der ÖVP müssen einen Weg beschreiten, wo Sie sagen, wir tun auch das, was Sie sagen. Nicht eine Wahl verlieren, nach der Wahl in einer Schrecksekunde den Boulevard bedienen. Sagen wir es dann eh, rot-weiß-rot, wir schützen unsere Grenzen. In Wahrheit tun Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen an der Spitze, Ihr Außenminister Kurz. So, und ich versuche die ganze Geschichte ein bisschen auch von der Genesis aufzurollen. Wir haben das Referendum in Großbritannien gehabt, wo eine Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, nein, wir wollen nicht mehr in dieser EU verbleiben, aber nicht deswegen, weil die Briten jetzt schlechte Europäer sind oder keine Kooperation wollen. Sie wollen diesen Weg des Zentralismus nicht weitergehen und vor allem, sie wollen ihr eigenes Territorium schützen. Und man hätte jetzt das europäische Nomenklatura es richtig verstehen müssen und sagen, ja, wir lassen den Mitgliedstaaten wieder mehr Luft zum Atmen, ja, wir lassen die Mitgliedstaaten wieder mehr über sich bestimmen und ja, wir geben ihnen auch die Möglichkeit, ihr Territorium entsprechend zu schützen. Was waren die ersten Reaktionen der EU-Spitzen? Schulz hat gesagt, TTIP und TETA brauchen wir, das schmuggeln wir an den Parlamenten vorbei und irgendeine demokratische Mitbestimmung brauchen wir da gar nicht. Der zweite, Junkers, der gesagt hat, wir brauchen, da sind wir beim Thema der heutigen EU-aktuellen Stunde, wir brauchen eine Europaarmee, wir brauchen eine EU-Armee. Dann ist ihm gleich zur Hilfe geeilt die italienische hohe Vertreterin der Europäischen Union, Mogherini, und hat gesagt, ja, es soll so eine EU-Armee kommen mit Hauptsitz in Brüssel. So, ich will das nicht haben, dass ein Land wie Österreich, das verfassungsrechtlich neutral ist, hier unter dem Kommando einer EU-Armee in Brüssel steht und wahrscheinlich auch eingesetzt wird für Interessen, die keine österreichischen Interessen sind und die wahrscheinlich auch amerikanische zu einem Gutteil sind. Nein, wir sind neutral, wir wollen das bleiben und daran ist auch in keiner Art und Weise zu rütteln. Und da bin ich bei Ihnen bei der ÖVP wieder, wo natürlich Ihr Delegationsleiter im Europaparlament gesagt hat, ja, wir wollen so eine EU-Armee haben und ja, darüber müssen wir reden. Und genau das sind die Unterschiede zwischen dem, was Sie hier sagen und was Sie in letzter Konsequenz auch wirklich tun. So, das zweite Thema, das hier zur Debatte steht heute, ist die Frage der sicheren Möglichkeit für Menschen, die Schutz benötigen. Auch hier gibt es ja jede Menge Ideen im Bereich der Europäischen Union, die richtig sind, die gut sind, die auch aus den Kreisen der Konservativen und der Sozialdemokraten kommen. Da hat es geheißen vor einigen Jahren, ja, ist ein bisschen zurück, aber wichtig, vom deutschen Innenminister Schilly, natürlich brauchen wir eine sichere Zone in der Region selbst. Es war der deutsche Außenminister de Maizière, der gesagt hat, ja, wir brauchen in der Region eine Betreuungsmöglichkeit und können die Menschen nicht zu Hunderttausenden nach Europa holen. Es war sogar die österreichische Innenministerin Mikl Leitner, wieder bin ich bei der ÖVP, die gesagt hat, ja, wir wollen die Leute in der Region betreuen, wir können sie nicht herholen. So, mittlerweile gibt es die Mikl Leitner in der Regierung nicht mehr und die ÖVP tut genau das Gegenteil. Und das sind alles Dinge halt, wo man vermeint, dass hier anders gesprochen wird, mit anderer Zunge der Bevölkerung Dinge vorgegaukelt werden, die in letzter Konsequenz nicht halten und in der realen Politik völlig unterschiedliche sind. Ich glaube, wenn man es halbwegs ehrlich meint mit diesem europäischen Einigungsprojekt und an dem daran, was liegt, dass wir nicht diese Europäische Union an die Wand fähren, dass man jetzt begreifen muss, die Tügel wieder lockerer zu lassen, dass man jetzt den Nationalstaaten Kompetenzen zurückgeben muss, dass man die Parlamente wieder mehr mit Leben erfüllen muss, dass man nicht mehr 80 Prozent in Brüssel beschließt und hier dann umsetzen muss. Das war ja der Grund dafür, warum ich hier als Mitglied dieses Hohen Hauses nach Brüssel gegangen bin, um einen Beitrag zu leisten, hier diese Kompetenzen wieder zurückzuholen. Für Sie alle, für Österreich. Wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ehrlich meinen, ich komme zum Schluss mit diesem europäischen Projekt, dann unterstützen Sie diesen Weg von mehr rot-weiß-roter Kompetenz auch entsprechend in Ihren Handlungen und nicht nur in Ihren Worten. Vielen Dank. Österreich versagt bei der Sicherung der eigenen Grenzen. Illegalität und Kriminalität steigen deshalb. Mittlerweile ist ja Österreich eine Hochburg des Dschihadismus, sagte Harald Wilimski, EU-Abgeordneter der FPÖ. Peter, Peter.